Smart TV 2022 Toneinstellungen Ob Lautsprecher verbinden, Bluetooth-Kopfhörer koppeln oder adaptiver Ton Plus, dein Neo QLED hat eine große Auswahl an Toneinstellungen. In unserem Video zeigen wir dir die entsprechenden Optionen. Drücke die Smart Hub-Taste, navigiere nach links zu Menü und dann zu Einstellungen. Unter Alle Einstellungen findest du den Menüpunkt Allgemein und Datenschutz. Wähle jetzt Einstellungen des intelligenten Modus und aktiviere ihn. Der aktive Sprachverstärker unterstützt das bessere Verstehen von Stimme und Sprache. Die Funktion Adaptiver Ton Plus analysiert die Fernsehumgebung und die akustischen Elemente der Inhalte und optimiert so die Klangqualität. Dein Fernseher kann auch deine Hörgewohnheiten analysieren. Das heißt, wenn du nachts regelmäßig leise fernsehen schaust, wird der Neo QLED automatisch den Ton in dieser Zeit reduzieren. Aktiviere die Adaptive Lautstärke, um diese Funktion zu nutzen. Weitere Toneinstellungen findest du unter dem Menüpunkt Ton. Unter Tonausgabe kannst du auswählen, welches Audiogerät den Ton wiedergeben soll. TV-Lautsprecher, eine mit einem optischen Kabel verbundene Soundbar oder zum Beispiel Bluetooth-Kopfhörer. Unter der Tonausgabe findest du den Tonmodus. Hier kannst du eine Einstellung aktivieren, mit der die Sprache und die Musik für dich am angenehmsten wiedergegeben wird. Hast du eine Samsung Soundbar mit Stereo oder Surround-System angeschlossen, kannst du unter WLAN-Lautsprecher-Surround-Einstellung die entsprechenden Surround-Lautsprecher konfigurieren. Möchtest du weitere Toneinstellungen vornehmen, stehen dir die Experten-Einstellungen zur Verfügung. Schau dir hierzu unser entsprechendes Hilfe-Video an.